Musik Willkommen zurück in Ihrem Kurs. Sie wissen nun, dass die Frage einer lernenden Organisation nicht ohne die Kenntnis des aktuellen Zustands der Lernstrukturen beantwortet werden kann. Die lernende Organisation ist zuerst einmal nicht mehr als ein Wunschbild, wie das Lernen im Unternehmen in Zukunft überhaupt aussehen soll. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir als Lernprofis dieses Wunschbild entwickeln können. Schauen wir auf diese beiden Optionen. Die erste Möglichkeit ist, dass eine Abteilung beispielsweise Learning & Development Annahmen dazu trifft, welche Lernsysteme, welche Lerninhalte, welche Lernformen in einer Organisation eingeführt und integriert werden. Das betrifft dann die Frage nach der Ausgestaltung der Seminarangebote, der Führungskräftetrainings, der Orte, an denen man lernt, der Plattformen, mit denen Lerninhalte übermittelt werden und so weiter. Die Kreativität kennt sicherlich an dieser Stelle keine Grenzen und Softwarelösungen und Tools gibt es zuhauf. Die Frage ist, ob diese neue Lernwelt, die wir uns ausdenken, auch tatsächlich auf den Lernbedarf der Mitarbeitenden passt. Eine andere Möglichkeit ist es, systematisch heranzugehen. Wir können uns auch die Frage stellen, auf welchen Ebenen in der Organisation Lernen stattfindet. Es geht also um die Handlungen im Lernen und zur Herstellung eines optimalen Lernsystems in der gesamten Organisation. Wenn wir diese Informationen hätten und Daten darüber gewinnen können, wie dieser Zustand aktuell in einem Unternehmen aussieht oder in einer Abteilung oder in einem Team, dann können wir sehr konkrete Verbesserungen am Lernsystem vorschlagen. Nun, es ist offensichtlich, worauf ich hinaus will und dass wir uns eigentlich im Normalfall als Wissenschaftler immer für Option 2 entscheiden würden. Und nun müssen wir die Frage stellen, wie wir in der Lage sind, überhaupt systematisch den Status quo im Lernen einer Organisation zu bewerten. Kommen wir noch einmal zurück auf das bereits erwähnte Modell von Masik und Watkins. Dieses Modell erlaubt einen ganzheitlichen Blick auf eine Organisation, zum einen aus ganz unterschiedlichen Betrachtungswinkeln und aus ganz unterschiedlichen Ebenen. Schauen wir uns die einzelnen Themen etwas genauer an. Die beiden Wissenschaftler schlagen sieben Handlungsimperative vor. Diese sehen Sie noch einmal in der Abbildung. Diese Handlungsimperative stellen sozusagen insgesamt die Rahmenbedingungen dar, die dazu nötig ist, eine optimale Wirksamkeit des Lernens in der Organisation zu entwickeln. Es geht um strategische Führung. Es geht um die Verbindung der Organisation mit ihrer Umgebung. Es geht um die Vorbereitung der Menschen auf eine kollektive Lernvision. Es geht aber auch darum, optimale Systeme zur Erfassung und zur Weitergabe von Lerninhalten aufzubauen. Und natürlich um Handlungen zur Förderung der Zusammenarbeit und des Teamlernens. Auch können wir Handlungen anregen, damit Fehler zwischen den einzelnen Personen ausgetauscht werden und diese Personen in Dialog dazu treten. Und natürlich brauchen wir nicht zuletzt auch Möglichkeiten zum kontinuierlichen Lernen jedes Einzelnen. All diese Handlungen determinieren letztendlich das gesamte Lernsystem eines Unternehmens. Der Unterschied, den wir nun machen in diesem Modell nach Masik und Watkins ist, dass wir diese unterschiedlichen Dimensionen auf unterschiedlichen Ebenen innerhalb der Organisation verorten. Wir fragen uns also, auf welchen Ebenen findet in welchem Umfang diese Handlung statt. Und nun unterscheiden wir in die unterschiedlichen Ebenen des einzelnen Lerners, also des Individuums, der Lernteams, also Gruppen, die miteinander lernen, oder der Gesamtorganisation als gesamter Lernraum. Eine vierte Ebene ist dann immer noch die globale Ebene. Die betrifft letztendlich den Austausch zwischen Unternehmen und der Umwelt. In diesem Modell stellt die individuelle Ebene die grundlegende Ebene des Lernens dar. Auf dieser Ebene findet also Lernen individuell statt, und zwar dann, wenn wir als Lerner bestimmte Diskrepanzen entdecken. Wenn es also zu Überraschungen in unserer Arbeit kommt oder sich eine Herausforderung zeigt. Dies alles kann Lernen und Lernbedarf auslösen. Das Individuum, also der einzelne Lerner, das kann beispielsweise in einem dienstleistungsorientierten Unternehmen auch ein Wissensarbeiter sein. Es kann aber auch um einen Produktionsmitarbeiter sich hier handeln, der bestimmte Tools und Maschinen erlernen muss, damit die Abläufe und Prozesse in der Produktion richtig umgesetzt werden. Es geht also immer um das Lernen am und im Arbeitsprozess. Und natürlich kann Lernen auch für jemanden eine bestimmte Motivation darstellen. Er oder sie übernimmt Verantwortung für die eigene Karriere und baut nach und nach Netzwerke innerhalb und außerhalb des Unternehmens auf. Halten wir aber fest, dass eben nur die Konzentration auf diese individuelle Ebene uns als Gesamtorganisation nicht weiterbringt. Die Konzentration auf nur die individuelle Lerner-Ebene garantiert kein organisatorisches Lernerlebnis. Eine weitere wichtige Ebene ist die Lernebene des Teams. Dazu gehört die Idee, dass Teams und Gruppen als eine Einheit denken und zusammen lernen. Insofern müssen sie auch ein eigenes Lernsystem entwickeln und Methoden, wie sie untereinander ihr Wissen vermitteln und austauschen. Es geht also um die Möglichkeit im Team, überhaupt Wissen zu produzieren und dieses Wissen dann kollektiv nutzbar zu machen. Das Team produziert Wissen und liefert zugleich Unterstützungsstrukturen zu dessen eigener Erneuerung. Es geht also hier nicht um Arbeitsteams oder Projektteams, sondern tatsächlich lernorientierte Teams, die wir unabhängig von der Hierarchie und den hierarchischen Strukturen innerhalb eines Unternehmens verstehen müssen. Diese sind wiederum wesentlich, wenn es darum geht, wie Menschen neue Konzepte kennenlernen, sich gegenseitig unterstützen oder experimentieren, um einfach neue Dinge auszutauschen. Die dritte Ebene in diesem Modell ist die Organisation. Lernen ist natürlich für die gesamte Organisation eine kollektive Erfahrung und besonders aus strategischer Perspektive wichtig. Diese Ebene unterscheidet sich von der individuellen und der Team-Ebene, weil das Lernen eben durch größere Auslöser getriggert wird. Das können Umweltveränderungen sein, Veränderungen im Markt oder Marktdisruptionen, neue Technologien oder die Veränderung in der Kundenzufriedenheit. Die Organisation muss nun Infrastrukturen und Ressourcen anbieten, die das Lernen auch auf diesen anderen Ebenen fördern. Die vierte Ebene ist die globale Ebene. Diese bezieht sich auf den Blick nach außen. Damit sinnvolles Lernen stattfinden kann und eben auch Erneuerung auf Ebene des Einzelnen und der Teams, müssen Strukturen entwickelt werden, die den Austausch mit der Umwelt befördern. Ein Beispiel dafür ist das Bewusstsein für neue Entwicklungen in verschiedenen Fachgebieten. Eben, Wissen kommt in das Unternehmen hinein und Individuen können darauf reagieren. Es kann aber auch sein, dass es um neue technologische Fortschritte allgemein geht und diese in die Arbeitsprozesse integriert werden. Wie auch immer, es geht um die Zusammenführung von Veränderungen und Organisationsverhalten. Auf allen diesen Ebenen finden Lernende nun einen bestimmten aktuellen Zustand innerhalb der Organisation vor. Und nun geht es darum, diesen Zustand zu diagnostizieren, sodass wir wissen, welchen Wandel eine Organisation durchlaufen muss, bis wir von einer lernenden Organisation sprechen können.